Alter, wie das da unten abgehen? Im Fett ist der Kopf geplatzt! Ich liebe diese Geräusche. Ohne Spaß, wer hat diese eigentlich aufgenommen? Ich fahre mir auch, wie die da wo die Stühle standen. Jetzt geh mal ab, so nach dem Motto, alles klar. Erstmal ein bisschen LSD nehmen. Oh ja.